Ja, Herzlich Willkommen, mein Name ist AnirioLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Crawl Kids Edition. In der letzten Folge haben wir uns die blaue Kerze besorgt, damit wir den Tempel der Dunkelheit oder Finsternis betreten konnten. Und wir sind gerade mittendrin in diesem verdammten Tempel. Und ja, schon wieder eine Woche her, deswegen habe ich natürlich wieder vollen Überblick, was ich gerade am machen bin. Und ja, wir werden sehen. Schauen wir uns jetzt erstmal um. Was macht der Ringe mal? Ach ja, ich habe bevor ich die Aufnahme gestartet habe, mal, ich muss jetzt einfach noch einsetzen, ein bisschen die Erfahrungsfähigkeiten, ein bisschen geändert. Um, ja, gucken wir mal, ob ich vielleicht was Neues wieder bekommen kann. So, tun wir mal. Selos vielleicht steuern. Ne, läuft. So, tun wir mal wieder steuern. Demonic Circle. Rising Falcon. Ja, können wir heute eigentlich steuern. Und zwar setzen wir ein Rising Falcon immer noch. Dass unsere TP wieder vollkommen verschwindet werden. Geil, wa? Also, wir lernen was. Ich muss sagen, ich muss schon wieder fragen, wie er eingesteckt hat, war ja richtig. So, Thunderbraid. Sehr schön. Verwunderfahrungsfähigkeit. Sehr schön. Nächsten vereinert sich gelohnt. Und zwar Leben plus. Jetzt auch Leben plus. Was? Was haben wir hier noch? Kraftschub. Ne, plus heißt Vitalität und Ewigkeit. Okay. Was? Ich habe das hier geändert. Stärke. Na, was soll ich machen? Ich verstehe es nicht. Ich habe stärker eingesetzt, hat nichts gebracht anscheinend. Magie. Magie. Und einfach irgendwie irgendwas immer ändern. Hier. Ich weiß nicht hier. Ja, das habe ich geändert. Dann machen wir. Ja, das hier. Leben plus. Ausdauer. Einfach irgendwas ändern. Wird schon was bringen. Ja, ich glaube, an den Templer erinnere ich mich sogar noch aus dem zweiten Teil. Spoiler übrigens. Hm. Sind wir hier nicht schon gleich da? Aber bringt uns ja nichts. Wir müssen ja so vier Dinger dann müssen wir irgendwie hier so zusammenbringen, ne? Diese, was ich war, das war, diese Einzelteile von... Boah, wie hieß der nochmal? Fahrungsgewinkel 2 war. Wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Wie hieß der Leibgeist hier? Wut ja schon gesagt. Shadow, genau. Hm. Ich glaube, wir tiefer runtergehen ist so. Ja, komm mal da an. Deswegen... Gehen wir erstmal mal überall an. Nicht hier rein. Ich glaube, wir ändern. Ja, wenn ich die Töte, dann kommt die Töte. Ich kann das sagen. Das ist eine richtig geile Heilfügigkeit. K.I.T.P. Oh. Und seit Zellos Spam die ganze Zeit Zauber ist gut. Ich mache auch noch ein paar neue Dinger. So, sehr gut. Nichts Neues. Warum steht die jetzt so schräg? Äh, 4. Sehr gut. Muss ich mal an diesem Presse ergeben, aber... Hm. Ich werde nach der Reihenfolge diese machen. Geben wir die Guinness. Und was haben wir denn hier alles? Ähm... T... 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 Magieenergie. Ja... Nur mal alle so ab, würde ich sagen. Ja, ich muss mich jetzt mal... Angewöhnen zu erinnern, wen ich hier was ändere. Okay, alle die, die jetzt hier sind, tut jetzt erstmal... Also nicht... Immunität. Irgendwas anderes. So. Du kannst ruhig... Warte lieber erstmal bei denen, die... Im Kampf drin sind. Sonst komme ich durcheinander. Ja... Warte mal aufs Green machen, aber... Nö. So, du guckst mal hier. Jetzt habe ich doch wieder... Egal. Äh... Ich habe keine Ahnung. Dritts Auge... Hier... Und... Hier. Wir machen das so. Stärke, Dritts Auge, Ewigkeit. So, machen wir das jetzt bei jedem. Dat hier. Dat hier. Dat hier. Dat hier. Dat hier. Äh... Dat hier. Dat hier. Dat hier. Dat hier. Dat hier. Dat hier. So. Ich werde bestimmt nicht durcheinander kommen. Ich kenne mich doch. Das wird vielleicht nicht so tief hier rein. Das sieht ja schon so verdammt richtig aus. So, komm mal her. Ja, schon wieder. Reising Falcon. Wie sieht's aus? 43 Mal. Okay. Ich habe voll unausgelegt wie einige Charaktere. Watt so. 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 Und dann hier. 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 Und hier. Die tu bei mir auf den ersten platz auf deutschland so 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 und so so ob es das bringt mit diesem test von irgendwann muss ich mich ankommen und auf dem marsch bei diesem volk mix okay er frosto na verdammt war es war ja klar was habe ich mir auch gehofft ihr jawohl ist klar mein gott ich lerne sogar so hat und fähigkeit von und fähigkeit für leute und real ist sehr schön dreher ermöglicht der freundlich ist umdrehen sogar aus vollem lauf heraus bringt irgendwie sehr schön so 333 und 333 ich dachte einfach mit t und ist zu tun man scheint nicht so naja problem aber nichts anderes zu tun ich habe verbrochen das spiel das bedeutet ihr müsst aushalten was ich auch immer hier machen auch dreimal fähigkeit halten okay sehr schön ich habe jetzt nicht gesehen ich habe irgendwie nur zellos angriff gesehen er kann auch er hat voll viel tp macht er hat jetzt die ganze zeit vor ein aber er hat dieses access war glaube ich ausgerüsteten so auf der wundervollungsfähigkeit sehr schön kurzschluss erhöht die stadt von angriff pro steck jedoch manchmal fehl okay sondern 4444 dann habe ich ihn bekloppt da hier noch alles mögliche ausprobieren natürlich gut wenn jeder schon seine vierte hätte aber naja man kann ja nicht alles haben nochmal mit den anderen jetzt auch magie ich habe mal nichts besseres zu tun aber irgendwann muss das gemacht werden bei normalen gegnern ist ja noch kein problem ob sich denn jetzt nicht gleich irgendwie einen boss rein oder plötzlich im stuf so der väter nicht hat hier so tief reingeht wenn ich jetzt ehrlich gesagt den ganzen weg wieder nach oben laufen zweimal noch und habe leider nein nein kannst du sagen nun in solat die sehen aus wie diese einen diese eine mumie serie von früher können sich irgendwie so da waren irgendwie so moment die sich in so ja was weiß ich so behalten wieso rüstungen anlegen konnten das hat sich gelohnt irgendwie so sehen die aus ich glaube die ist einfach normal ist die serien so warte abwehr kann er ohne zweitverlust angreifen der hat ist korrekt rückstoß ermöglicht angriff nach einem in der luft erhalten entschlag solida schutz von mir eine feine bei den schaden den abwehren charakter nimmt man die habe nichts bekommen ich will ja auch springen auch da ist ja auch springen außerhalb des kampfes aubert lernen so was meine ich erwenden nicht dann wäre das ziemlich blöd ja was mache ich jetzt noch mal das hat und hat und hat ich habe keine ahnung was ich mache dort 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 keine ahnung ja ich will jetzt am liebsten wieder nach oben laufen das sieht ja schon richtig aus hier ist ein speichern punkte dunkel also der ganze weg hierhin und nix hat es gemacht was einfach angst will ich keinen die immer genug kommen ich hoffe ich kriege jetzt auch bald ein ok speichert es habe ich eigentlich nicht da um zu an speichern punkt der weg nur hier ist ein bisschen blöd ja ich habe bis jetzt noch keines von diesen dingern hier gefunden weil ich meine ich bin einfach durch gras nach versuchten speichern punkt zu finden da weiß ich noch in der letzten folge deswegen habe ich hier einiges ignoriert von mir kam ich glaube ich nicht so alles ausmachen ja da kann ich glaube ich nicht dran ist wahrscheinlich nur die koration sind diese einen dinger ja ja wieder angegangen oder rad ich mein ganz um hier ist einer watt die dinger sind 100 prozentig keine dekoration eigentlich kurz hier so überbalancieren und versuchen da hinzuschießen wir sind ja noch da drüben ist ein schatten baby aber so können wir es nicht herüber holen wenn nur den stein mit der roten augen nach vorne ziehen könnten ja so ja ja aber ich kann doch gar nicht ziehen kann wir kommen doch gar nicht raus sagen wir mal ich das hier gleich hat hier hoch ziehen ach sehe ich schon und von da können wir da ein sehr schön was muss ich noch mit den füchern machen ich weiß gar nicht mehr muss ich die vielleicht zu diesen dingern hier lenken da könnte ja vielleicht sein was kommen wir ja folgen ein meister in der schaltung klein mohaha geh dahin ich muss die alle darunter lotsen oder was sie sind alt aber doch da war da haben eine flasche da ist noch einer ne ne da waren schon welche ok reining tiger blade was haben wir noch hier alles ja mach mal die monik fast ja 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 ne wie sieht es mit zellos eigentlich aus der sitze ja auch die ganze zeit kloppt habe ich ein acht mal was jetzt die ganze zeit ging es ein denn sind sehr schön jawohl verbunden fahrungsfähigkeit mein gott wie mache ich das speichern ist hier hin wir sind da bestimmt so drei vier stückte sonne das angst vom licht warte ich mache das aus nicht da lang nicht daran das böse ok hat sollte hat jetzt jetzt ist eingegangen das wie ich folgt mir nicht was am teufel na ok das war wohl ein checkpoint sag ich mal ausruhen steht tippen kommt wieder her bin eine weile ausgeruht wird ja ich mache das jetzt gerade sehr fangst du gehört den schamme abwehrenden gegnern hier weiter damit erfangen zu tun ich mache das mal so stärke 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 das stärke dort 21 wenn so ja keine ahnung mein gott wer macht die ganze nicht einmal wieder an gehe ich schon mal nächste warum ist denn das jetzt schon wieder ach na hallo komm mit du jagst meinen dingen zum teufel angst sein wieso ja das ding ist jetzt raus so jetzt bist du ja eigentlich warum nicht ja okay da ist die man krass da weiß doch immer so nicht was man gibt es ja nicht mal zweimal sony krasser wird ja passen cilia geht hat ja auch mein gott durch mal alle möglichen kombinationen ausprobieren dann kriege ich auch noch was so dann hat er das hier das hier da wie mache ich das hier ausruhen und dritterlichkeit und den stadt 6 charakters abhängig von den anzahl der frauen kappen form an er über ihn geht das ding zurück was wir möchten das hier ein so zwei so ne habe ich gemacht ne so so und so und so so dann so dann so so dann ja so und dann so hierbei die charakter die gar nicht dabei sind scheint da nicht zu klappen eine andere seite an leut so 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 roi motivations k k k d account Aber es ist immer gut, dass du immer ein Schwerpunkt für die Erfache. Du hast eine Art von der Forschung. Was ist das, was du? Das ist doch ein Schwerpunkt. Lloyd, diese Schwerpunkt in Hesseala ist, dass du auch ein Schwerpunkt für die Erfache geblieben ist. Du kannst nicht die Erfache für die Erfache, die die Erfache nicht verletzen. Geh, Corretto! Oh, ich bin noch ein paar Mal! so warum hat man mit kommen mit kommt kommt zu papa kommen wir als papa kommen her und gibt schläger mein baby was ausziehen dann okay jetzt ein sehr schön dann können wir kommen zu erinnern ich mag zum papa zu sein so kommen wir ja aber eindeutig nichts besseres zu tun sieht so schmerzhaft aus wir sind die man wie ich bin 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 dafür irgendwie so eine serie früher ich glaube ich auch mal hin und wieder geguckt jetzt hat der franz mit sich nichts gemacht ja danke so ändern ich komme voll dich einander hier dann hier 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 wenn man müsste ich alle kombinationen durch haben er soll idiotisch was ich hier mache aber egal ich lerne dadurch dinge also den habe ich jetzt vollkommen nicht gesehen realisiert so meine weihnachtskoration manchmal habe ich so ein bisschen zu stark verdammt eingesetzt haben wir lernen jetzt nichts mehr aber zum teufel ich habe jetzt keine ahnung mehr welche dinge ich schon ab und welchen dich vielleicht möchte es recht aufs kinder zieht und genug zu viel zeit aber ja wir haben ja zeit und ihr auch mit mir und manche mich kommen wir hin okay da war es jetzt hier so ich würde sagen den ein gegnern immer noch mit du bleibst da oben du spielst mit deinem bruder wollte mir er wollte schon wieder folgen zum teufel oder war gut gezielt na na hier in fiction 4 4 in fiction für die entwicklung jetzt ist jetzt ganz bestimmt scheinen bams neue fähigkeit sehr schön wesens eine so kurz vor ende wenn man dann wieder ändern hohe abwehr möglich auch im sprung die abwehr eines angriffs okay dann mach mal das hier mach mal so und so habe ich das nicht schon mal gemacht warte mal ich hatte jetzt warte mal das hier gibt ja wieviel kombination 12 ne schalte nicht auch irgendwie aufgelistet werden ich bin zwar wert jetzt habe ich die und die ich den und den und den ich mache einfach so auch wenn ich das wahrscheinlich schon gemacht habe ich sage euch werde durcheinander kommen ich sage jetzt ich sage doch da komme ich sowieso jetzt vollkommen durcheinander okay wir speichern und haben viel erreicht wir machen weiter in der nächsten folge von let's play taste of symphonia die chronicles edition ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge bis zum nächsten Mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal